Ich muss auf so ne scheiß Flammen springen gerade, und dann spring ich so falsch ab, dass ich nicht rüberkomme. Fuck! Jetzt hab ich's geschafft! Fuck! Ich muss im richtigen Moment wieder loslassen, dass sie nicht zu hoch springen, und dann die Pflanzen springen. Was ist das für ne fegge Scheiße? Und dann im richtigen Moment wieder drückt, dass sie wieder hoch springen. Fuck! Wow! Die Level werden auch immer leichter. Ja, werden sie doch. Wow, merkst du doch? Boah, die machen einen... Ich merk ja schon, das ist wie das erste Level. Die machen einen Akris-Safe! Akris-Safe machen die. Ein Akris-Safe? Mhm. Das Akris-Safe-Game? Fick dich! Akris-Safe-Game. Du sollst springen! Du fegge! Ach komm, 20 Minuten schon um. Ja. Also 21 jetzt. Eine... Das geile ist, ich brauch nicht mal nach vorne drücken, ne? So schnell geht das Gratsch. Boah, das wird immer schneller. Ja, das wird immer schneller. Boah, ich spiel nicht mehr, ich will das Level übercheaten. Nein! Machst du nicht. Das mag ich nicht, das Level, wenn das schneller wird. Kotz dich nachher noch. Boah, ich kotze dir das Let's Pay voll, ganz ehrlich. Ich kotze die Nahtauern am Flash. Ne. Wenn das zu schnell geht, ey, da kotze ich's dir voll. Jaja, hör auf zu lügen. Er hat doch mit Slow-Mo versucht, ne? Mh, genau! Mit Slow-Mo! So, ne? Was? Obwohl, wär ne gute Idee. Ich mach das aber nicht. Ja, damit keine Probleme. Naja. Wird nicht schlechter sein. Wenn's mir zu schnell, wenn's zu schnell geht, dann... ... ist Feierabend. Ja. Schnell drehen im Spiel kann ich mich aber, wenn der Spielverlauf... Feierabend, dann kannst du rumbuchsen. Wenn der Spielverlauf so schnell geht, kannst du... kotze ich. Ja, dann kotz doch! Ist mir doch scheiße geil, du Affe. Blähähäh! Mann diese dreckige Scheiße hier, ne? So, was soll ich denn sagen? Ja. Tu bist ja noch nicht mehr da, wo ich bin. Ja, mir reicht ja schon, dass ich hier vorne bin. Oh, wieso springt er denn nicht? Warum springt er nicht? Warum springt er nicht? Warum springt er nicht? Ey du Assi! Und da wo er nicht so hoch springt, springt er hoch. Hallo du dummer Faggot! Ich werde so leicht aggressiv! Ihr spielt so verdammt scheiße! Ich schaff das hier! Warum? Da kommt er! Dick wieder meine Aggressionen! Aggressiven! Warum? Warum springt er nicht? Warum? Warum springt er da nicht? Das geht doch gar nicht! Klar geht das! Nein, geht das nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Boah meine Augen ey! Ich kann gerade sorgen! Alter Schede! Danke! Oh Mann! Autsch! und ich kenne du war du wanker zähler ich krieg gleich einen knall centus ist behindert centus ist behindert centus ist behindert und hat einen knall um ich bin wieder an sohn die 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 vollste zorntexte ich gelernt will ich gar nicht singe Flash ist der beste der Flash ist der beste Flash ist der Beste auf der ganzen Welt ich füge da die tibic nur meinen Sprung so hoch und spiel für die flamme rüber ich vom block abgerutscht der abgerutschte gleich der kleine muss schon weiter manzer wörter helfen dir nicht centros ist ein drecksakzentos ist ein drecksakzentos ist ein drecksak und ich spiel hatten knall vor allem kann bestimmt schon fast zehn minuten bei dem einen bei der einstelle schule ich hänge jetzt schon 20 minuten an der gleichen stelle oder vermieter seine löffel geschafft ja clever von mir mit der clever bot komm ich saß da schon eine stunde dann da kann ich da nicht noch eine halbe stunde ansetzen klar nein ich habe das andere doch auch sofort geschafft als ich das nur getestet habe wo vor allem vielleicht beim ersten mal centros hatten knall ich habe joshi vergessen ich habe josh ich hasse diesen roten knall kopf nur noch vier minuten dann ist feierabend dann ist feierabend mit super mario kai so das klappt hier nicht mehr aber ich glaube wenn ich hier echt nicht mehr weiterkommen können wir jeder spiel knicken wo du auch nicht weiterkommen und sie auch wir können es ja so machen wie ich jetzt gerade gemacht habe ja schön klappt aber eh nie in der aufnahme ist was anderes ja in der aufnahme ist was anderes aber trotzdem ich hänge jetzt an so einer stelle wo ich gar nicht mehr weiterkommen ich bin ja noch nicht mal da wo du bist ich weiß du nicht ja aber ich bin da wo ich bin ja na 10 schämst du dich gar nicht doch geröbst das sind jetzt spielst du tennis denn das hat ausschlag 15 0 für centos ich habe es geschafft klar dddd den pop pop rangers meine augen drehen sich um das spiel meine augen drehen sich um das spiel hier hier kommen ja wir gehen weiter da kommt eine kettensäge warum sagst du mir nicht dass seine kettensäge kommen ja ich sag mir dass dann auch ein stein kommt immer runter fällt nein zwischendurch musst du ja hier hochschmeißen dass er diesen fliegenden kooper frisst und den wieder auffangen ach so die stelle die stelle klappt doch gar nicht sicher genau flamme storn komm erst machen wir uns den dorn da weg ah ok flash ist so ok nein darf einfach mal stellen den dorn drütt dornus den dorn fallen vor allem employees das variant klappt das dann einmal schon halbwegs aber dann kommt man auch bei der nächsten remote weiter und stefan weiß wovon ich gehe in 15 minuten das ist doch krank was sind das für dinge da das ist ein cooper ach du scheiße ja da fliegt und hast dann gedacht dass die andere flamme aufgefressen hast welche flamme die zu anfang durch die welt hin und her springen nein du musst alles fressen was du fressen kannst mit joshi sonst wäre er nicht groß okay da habe ich noch ein save dass wir sie eher sagen ja war doch nicht so eine komische scheißhaus flamme egal nein ich habe vielleicht eine bestimmte anzahl fressen muss besser groß wird weil ich eigentlich sagen würde ich habe keine ahnung warum wir haben 30 minuten ja na gut dann würden wir sagen werden wir hier die aufnahme schmeiße mal joshi weg weil ich keinen bock drauf habe und dann bis zum nächsten mal bei dem scheiß kaiser mario tschüss